Ich liebe es aber immer noch, wenn die Vögel mir in den Rücken schießen. Dankeschön. Mit ne Machete. Heute gibts Machetenschlag. Naja. Das kann ja eigentlich nicht richtig sein, oder? Doch. Oder ist das richtig? Jaja. Ich glaub das ist schon richtig. Nein! Ich hab schon voll auf die Ecke geworfen. Scheiße! Heil dich mal lieber. Ja, toll. Deck dich mal, muss mich heilen. Mach dich doch. Deck dich doch. Mein lieber Freund. Ja. Oh, ich würde mich fluren bis gerade. Oh ja, reicht noch. Ja? Na ja, reicht noch. Ist gut. Ein bisschen Messer. Macht ihr da draußen? Wo bist du? Da müssen wir hinten lang. Hab doch nur geschaut. So, warte mal. Hier sind Autos. Kannst ruhig da weiter gehen. Hier ist ne, hier ist noch ne... Äh, Rohrbombe gewesen. Oh. Ich hab ein ungutes Gefühl gerade. Grüße dich. Ich versuch. Michelle vertraue ich ja keinen Meta. Nö. Ist normal. Ey. War ich nicht. Ich war's. Ich hab's gemerkt. Und lass die Lunte brennen, bitte. Ich stell mich vor dir. So, aber weiter. Komm. Ja, ja. Gehen wir weiter. Die schaffen das eigentlich hinter uns. Ja. Ich hab oben Angst. Ich hab grad Angst. Guck mal, vor uns. Warum? Safety. Meine Witch. Wow. Ich hatte nämlich den schon Angst gehabt. Guck du, bleib da im Safe-Boom. Dann hol. Hast du ihn? Ja, Rochelle macht's doch schon. Ich lauert auch einen Moment, dass... Dann komm. Jetzt geh... Ja, wir kommen doch. Schnarch-Tante braucht nur jemand. Boi. Kuppelchen. Du musst laden. Ich geb den aber mein Medi-Pack nicht. Jetzt lass ich ein eigenes nehmen. So. Komm jetzt. Komm rein. Ja. Der wollte grad nach oben gehen und ich mach die Tür zu. Meine Güte. Irgendwie der Rasanti. Ui, Tank schlechter. Warum wohl? Jetzt kommt die Brücke dann. Das ist das letzte. Ich bin der Wetschjäger, Wetschjäger. War doch klar. Was sollte das? Moment. Wir spazieren jetzt über die Brücke und ja. Und das in der Aufnahme. Ich glaub's nicht. Du kannst es dir hier drin gern häuslich einrichten. Hm, Nick. So. Kannst du mich mal eben heilen und... Okay, Nick hat noch eins gekla... Hä, wer hat sich denn da nochmal geheilt? Also nicht. Warum hab ich jetzt kein Medi-Pack? Weil das ist noch mein altes. Das find ich natürlich jetzt auch. Du wurdest doch grad geheilt. Ja, das hab ich jetzt grad nicht mitbekommen. Ich muss grad mal mein Handy laden. Tut mir leid. So, ich hab mir ne AK genommen jetzt. Naja, sofort. Sofort, sofort, sofort. Ja, gewährt mit kompakt... Komplett-Ladung. So. Äh... Geht schon mal hoch. So, zieh ich wieder. Hier oben liegt auch noch Medi... Hier oben liegen auch noch zwei Medi-Packs rum. Klar. Hier liegen auch noch Waffen rum. Aber... Ja. Ich nehm die wieder. Hier nehmen wir das Sniper mit. Ja, hier liegt noch ne Sniper, aber ich weiß nicht ob die besser ist als die die du jetzt hast. Äh, welche ist denn hier? Ja. Ah, hier ist die große, ne? Ja. Ich hab mir... Warte mal. Ich heil mich mal eben. Ich hab mir noch die andere Waffe genommen eben. Komm, ich heil mich einfach, wer soll's. Ja, mach. Wir kommen ja eh nicht wieder zurück. Ne. Ich glaub, ich mach das dann bei mir auch nochmal. Komplett-Heilung. Ja... Ist nicht ganz komplett. Ja, naja. Stimmt. Aber ist egal. Ach, hier sind Molotows unten noch. Ja, hab ich gesehen. Ich hab ne Rohrbombe. Okay. Bereit? Jetzt einfach die. Offen. Weil das kenn ich hier. Ja. Hm. Hier ist Rescue 7 over. Soll ich? Hey, hallo? Hab schon. Warum hast du los? Ich heiss Alice. Sie? Ich fühl mich fit. Brücke negativ. Sind Sie Schmut? Sind Sie Infizierten begegnet? Klar haben wir Zombies gekillt. Rescue 7 sind Sie auf Infizierte vorbereitet? Warte. Ihr habt ihn gehört. Gehen Sie in die Tür über die Brücke. Ich wollte warten so lange. Nö. Du bist echt so'n Affe. Ich wollte so lange warten, bis der zu Ende gequatscht hat. Komm vom Feuer. Von dem Wagen. Mh. Er hat das eh gelabert mit dem Knopf drücken. Ja und? So. Trotzdem gehört sich das, dass man erstmal wartet. Nö. Klar. Ja. Außerdem wollte ich drücken. Das war mir schon fast klar. Das war laut. Echt? Einfach laufen. Und einfach zurücklaufen nochmal kurz. Wow. Aufpassen. Loch. So. Ich komm mit. Ein sinnvoller. Jaja. Du musst sowieso hier lang. Ich weiß. Du kannst hier lang. Ja. Du kannst hier lang. Was machen einem so und beide Partner nicht? Schießen. Du warst schon hier grad ein bisschen durch. Weißt du das eigentlich? Ja lass. Ist doch egal. Oha. Das fände ich nicht richtig. Die anderen beiden machen das ja schon hinten. Also. Passt das ja. Ich geh nach oben. Okay. Ich geh nach unten durch. Ich weiß jetzt nicht wer wo mitkommt. Hier liegt mir nicht noch ein bisschen was rum. Was liegt denn da? Gewehre. Gewehre. Also. Ne. Ist auch interessant. Adrenalinschuss. Hier liegt auch noch eine Adrenalinspritze. Aber die nehm ich. Ne. 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 Winger Arrenalinspitzen sind immer gut Ja, ich habe aber noch Ich habe mir meinen Film geklaut So, weiter Nein Ich komme wieder auf den Tank springen Boah ey Wir müssen da auch hoch Naja, ich glaube du kannst auch den Bus entlang Ja Boah ey, diese Mistficher Ne Stefan Mollo Meinst du so? Ja Dass wir ihn in Ruhe nachladen Das sind Zombies, die sind zu dumm Wow Wow, ich brenne Boah, das ist aber mies, dass der Level jetzt Ja, das ist aber geil Ja Hilfe hier Hilfe ist hier einsteigen So Meine Güte, lass dich doch mal vorbei Hallo, ich bin Arzt Nein Das ist Vogel Ich bin auch da Da ist der Heli da unten